Aua, Freunde, da sind wir ja schon wieder. Ich mach mich nicht gemein, das wisst ihr. Deswegen mach ich mal einen Versuch. Laufkardio hören. Das, was ich weiß über diesen Herrn hören, der Stefan Zweig hat's aufgeschrieben, kommt leider nicht aus meinem Gehörraum. Essays von Zweig, tu ich aber lieben. Vater aus Irland, Mutter ne Griechen, kam der Herr Herr in Japan auf die Welt. Er lernte altes Japan mithin, was Nippon unterschied vom westlichen Geld. Die Schönheit ruhe Kirschblütenfest. Er hat sie später darauf besonnen, hielt bis zum Tode daran fest und hat oft auch von vorn begonnen. Laufkardio hören, kam durch die Welt, war Händler, Verkäufer, Diener und Bettler, besann sich darauf, was wirklich zählt. Und das war bestimmt kein Geldvermittler. Unter aggressive selfishness gelitten, kehrt er zurück, da wo alles begann. Beugte sich auch den Samurai Riten und fingen Bücher zu schreiben an. Buddhismus und Christen und Moslems und Juden, sie alle hat ja kennengelernt, warum man Menschen das Reisen verbieten. Das ist wohl der größte Quatsch, ganz im Ernst. Das sagten Tausende an seinem Grabe. Oh, Putin, Trump und China-Chong, beherzig doch das mal heutzutage. Kui-Zuma, Kui-Zumou, Yakumo steht auf dem Grabstein wohl wegen der Liebe zu einer Frau. Hat nichts zu tun mit Ich mach mich gemein. Ich denke eigentlich auch so. Genau. Und tschü!